Wir haben das Ladegerät gefunden für die Fultor-Akkus. Super! Nice. Ich kann die Erd-Corona kennen. Ja, ich glaube ich auch. Wie heißt das hier? Frankreich. Ich fahre viel zu schnell. Wir haben auch heute schon Blitzer. Ich finde, geblitzt werden kann man nicht aufgeben. Ich finde, das ist schwierig. Ich bin spät.